Okay, soll ich noch mehr machen? Soll ich reingucken? 24 mal Weihnachten feiern? Will man das? Ja, man will. Mit dem The Body Shop Adventskalender wird 24 tollen Geschenken, super stylisch und edel verpackt. Und das Beste ist, dieses Jahr gibt es sogar einen zweiten Kalender. Der heißt Deluxe und sicher nicht ohne Grund. Aber mehr verrate ich nicht. Und beeilt euch, die sind heiß begehrt. Und das ist alles.